Norddeutscher Rundfunk 2021 Gaio. Ich heulang. Kopfball von... ...Skelchen Kashi. Doch noch ein kleiner Aufreger. Vor der Pause. Doch ohne Einfluss aufs Spiel. Auch heute bisher mit einer sehr diskreten Leistung. Delgado, der die Form einfach nicht findet. Jetzt die Chance für KC und das 1 zu 0 für die Zürcher. 51. Minute, Daniel Pavlovich, der Torschütze. Und die erste wirklich gute Torchance in diesem Spitzenkampf führt gleich zum ersten Treffer. Daniel Pavlovich mit seiner Torpremiere. Gegen GC. Bei einem 0 zu 1. Delgado. Das ist Strela. Der hat am zweiten Pfosten gelauert und Stocker mit dem Ausgleich. 57. Minute. Ein Traumtor von Valentin Stocker. Zum 1 zu 1. Salatic. Nach diesen 2 kann für sich entscheiden. Das ist Gaio. Und noch Kai Voser vor sich. Gut zurückgelegt. Und die Chance für Munas Tapu. wieder Daniel Pavlovich. Und dann gibt's der Pfiff und der Penalty für die Grashoppers. Gelbe Karte gegen Fabian Frey. Die Elfmeter für Getze in der 88. Minute. Drei, vier Schritte. Anlauf. Und Sommer hält. Noch einmal Salatic. Basler bringen den Ball nicht entscheidend weg. Und letztendlich Gaio. Der das Leder übers Gehäuse setzt. Sommer der gefeierte Mann. Salatic verschiesst. Schlecht geschossen. Ganz schlecht sogar. Partie im letzten Rund ist aus. GC und der FC Basel trennen sich im dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison. Zum dritten Mal. 1 zu 1.